Ja, aber wir haben was schönes für dich vorbereitet, Udo. Kleine Überraschung für Udo vorbereitet, weil der hat es ja auch immer so schwer hier, ein bisschen Stress. Da wollen wir ihm mal was Gutes tun, ne? Ja, das ist die beste Überraschung für ihn. Der wird sich so freuen. Immer mal rein hier, immer mal rein. Damit die Leute Bescheid wissen, wo ist Udo gerade? Der ist schön überwerft am eigentlichen Arbeiten. Der hat Spätschicht. Der kriegt nach einem Anruf, wir haben hier einen Notfall auf dem Sportplatz. Was bist du denn für ein Schlossgespenst? Klär den Zuschauern, was du machst, Udo. Ich warte, bis meine Pizza fertig ist, jetzt siehst du doch, dass ich in der Sauna bin. Ein bisschen romantisch, ne Udo? Ja, keine Zeit für romantische Beke. Ich muss mir jetzt wieder was überlegen, wie ich die Spurin erkläre. Das ist nicht schön, ja, hör'em. Das ist nicht schön, wie ich die Spurin verabschiede ist. Woher weisagen ist, was ich. Was aber macht ja immer so etwas, was ich nicht? Congrats. Was ist ja Oiler? Frau, als ich ein Kind war, wollte mich melden, als ich immer im Bau war, so ein Tentje, hier so ein Rubbel, und wenn wir dann drauf kommen, wo wir mit der Hand auch aufrubbelt, drügt, und dann wo wir stehen, so wie ja, und dann klebe ich da auch ein Bossrock an, und ich stinkt ja, ich kann alle Ecken und Kappen, ich weiß nicht, aber ich muss niemanden tragen. M have de Angst?! Muss mir sein, doch nicht? Ich weiß auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020